Guten Morgen, San Francisco. Also wir sind auf einem Vista Point in San Francisco und wollen ein bisschen Sightseeing machen. Hinter mir befindet sich die Golden Gate Bridge. Etwas weiter zur Linken, neben der Golden Gate Bridge, haben wir San Francisco Downtown. Immer schön die Hügelsicht und so weiter. Das ist ein bisschen schwierig mit der Kamera, aber ja. Links davon die Bay Bridge, die über die ganze Bay rüber geht. Das ist auf die ganze anderen Seite. Und etwas davor Alcatraz. Da steht es gerade schon auf. Wir haben super blauen Himmel, Touristenwetter ohne Ende. Irgendwelche Leute haben mir erzählt, dass es da immer neblig ist. Katja. Ist leider nicht so, gell? Wir werden uns wieder melden. Tschüss!